Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von LOWER. Jetzt geht es auf nach Belgien, genauer gesagt nach Brüssel. Dort werden wir jetzt zwei Nächte bleiben und heute beginnt der erste Tag. Wann fahren wir jetzt? Driver? Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden. Und der Chauffeur bringt uns jetzt nach Brüssel. Ja, wir haben uns geschafft. Hier sind die Brüssel eingekommen. Jetzt müssen wir nur noch aus einer endlos langen Straße mit endlos langen Stau rauskommen. Das Hotel haben wir schon mal gefunden, das Hotel Brüssel. Da hinten, weil ich schau, wie es ist. Also einschicken können wir noch nicht, das dauert noch eine Stunde. Oder, was hat er gesagt? Ungefähr eine Stunde. Ungefähr eine Stunde. Ja, dann kommen wir erstmal durch die Stadt. Das Schöne an diesem Markt ist, wir brauchen kein Mittagessen mehr. Weil für jede Obstsäure ist hier so ein kleines Fällerchen angerichtet, wo man dann probieren kann. Lecker. So, jetzt gibt es erstmal lecker Eisen. Das riecht, jetzt musst du nochmal einen kleinen Stoff einlegen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, das schmeckt. Erf, 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 erf. Die Stinger, die von da drüben, hier rüber wollen, haben mit der Ampel ein kleines Problem, würde ich sagen. Durch den Aufzug zur Enten kamen wir hier in den Flur und da haben wir uns erstmal gedacht, ach du Scheiße. Jetzt sind wir in unser Team Welcome. Hier rein. Und ich würde sagen, über Platz kann man sich in dem Raum hier definitiv nicht beschweren, oder? Nee. Gibt es damit zum Schluss noch? Ja, und eine kleine Fensterfront haben wir hier auch. Wie kannst du da drauf? Wie nicht weit oben. Schön, ja. Wir haben uns im Zimmer ein bisschen hingelegt und ausgeruht und jetzt fahren wir hier mit, Moment, mit der Bahn in die Stadt. Ich weiß ja nicht, mit welcher Familie du unterwegs bist. Ja, du hast dich da oben ins Bett gelegt. Richtung Stadion, glaube ich. Jetzt erkunden wir mal ein bisschen die Stadt. Und du hast dich da oben ins Bett gelegt. Hallo, jahle, lace dir das Meerabiet. Halt Bye. Wolltfeig. Bye. Bye. 5 bis in die Stadt. Die Suche nach einem Restaurant gestaltet sich schwieriger als gedacht, weil ihr führt uns hier einmal quer durch Brüssel und habt nicht wirklich an, wo wir lang müssen. Das war sehr lecker. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Jetzt fahren wir aber auch erstmal wieder mit der Bahn zurück zum Mozel. Auf dem Rückweg fahren wir jetzt heute den Bus mit der Linie 38 Richtung hier rum. Überleben wir das? Keine Ahnung, nicht in der Tageszeitung. Was? Du hast ja gerade gefragt, wo lesen wir das? Nein, überleben wir das? Hölfboden im Bus und Ledersitze sind auch mal gecheckt. Manneken Piss haben wir auch erreicht. Was magst du Manneken Piss? Ich freue mich. Ich habe es mir nicht vorgestellt, dass es so schön sein kann, dieses Manneken Piss zu sehen.